Top 4 Beste Produkte – Selbstklebende Haken in Schwarz Ich habe die Lülin Haken selbstklebende für mein Badezimmer gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Haken sind einfach zu installieren und halten sehr gut ohne Bohren. Sie sind auch wasserfest und haben eine gute Größe für Handtücher oder Bademäntel. Das schwarze Edelstahldesign passt perfekt zu meiner Badezimmereinrichtung und ich habe auch in anderen Räumen in meinem Haus Verwendung für Sie gefunden. Insgesamt würde ich die Lülin selbstklebende Handtuchhaken auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Pop Arcade Ray Handtuchhalter ohne Bohren Handtuchhaken Wandhalterung 6 Stück. Die selbstklebenden Haken sind einfach zu installieren und halten meine Handtücher, Bademäntel und Taschen problemlos an der Wand. Das Aluminiummaterial ist rostfrei und verleiht meiner Badezimmerausstattung ein modernes Aussehen. Ich schätze auch die Vielseitigkeit der Haken, da ich sie für verschiedene Zwecke verwenden kann. Insgesamt kann ich dieses Produkt jedem empfehlen, der eine einfache und effektive Möglichkeit sucht, um sein Badezimmer aufgeräumt zu halten. Ich habe kürzlich die Isra Haken selbstklebend Handtuchhaken 12 Stück aus Edelstahl getestet und bin sehr zufrieden damit. Die Haken sind sehr einfach anzubringen und halten auch schwerere Handtücher ohne Probleme. Ich habe die Haken sowohl im Badezimmer als auch in der Küche und im Büro verwendet und sie haben überall gut funktioniert. Das schwarze Design gibt den Haken auch eine stilvolle Note. Insgesamt würde ich diese Haken jedem empfehlen, der auf der Suche nach einfachen und effektiven Haken für verschiedene Räume ist. Ich bin mit dem BVL Matte Schwarz Handtuchhaken sehr zufrieden. Die fünf Stück Haken sind aus rostfreiem Metall und können entweder mit Klebeband oder Schrauben an der Wand befestigt werden. Ich habe die Klebevariante gewählt und die Haken halten sehr gut. Das Matte Schwarz fügt sich gut in mein Badezimmer-Design ein und das Set ist groß genug, um mehrere Handtücher und Bademäntel aufzuhängen. Die Qualität ist toll und der Preis ist fair. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine praktische und stilvolle Lösung für das Aufhängen von Badezimmerartikeln sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.